Ich habe jetzt einen alten Bauernhof gehabt, in so einem kleinen Kuhdorf in Bayern. Und wir wollen ja jetzt ein Therapiezentrum aufbauen. In Bayern. Seid ihr bekloppt? Wen willst du denn da therapieren? Franz Josef Strauß oder was? Das ist jetzt die Lilli aus Berlin, wohnt auf dem Huberhof. Habt ihr das gesehen, am Huberhof schon gesehen? Das sind Teufelsanbieter. Die Lebensform von der Zukunft ist die Kommune. Eine Kommune ist wie eine große Familie. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Na ja, du musst doch nicht hinschauen. Ja, ich habe gehört, dass Terroristen sind von der ARF. Guck mal, Lilli, das ist doch die Dater. Quatsch. Du kannst doch vor den Leuten nicht so einen Mist erzählen, nachher glauben die das noch. Vorsicht, Schusswaffen. Wunderschönen guten Tag, die Damen. Wir haben gesagt, wir essen keine tote Tiere und du versteckst Würstchen im Keller, ja? Du gibst das jetzt zu. Was sollte das denn? Das war Rudi, unser Postbote. Wir haben gerade miteinander geschlafen. Und ich? Du bist auch nicht schlecht im Bett. Erst neulich hattest du einen multiplen Orgasmus. Hab ich immer. Das glaub ich nicht. Wir sollen ins Internat. Und sie geht mit diesem Therapeuten Oberarsch nach Amerika. Du willst uns loswerden, du willst uns abschieben. Nein, Lilli. Lena, das dürfen wir uns nicht bieten lassen. Jetzt klang, wir müssen jetzt was unternehmen. Kinder, sie, die kannst du echt nicht meditieren. Wir lieben uns und ich spür Prams Energie. Sie ist ganz tief in mir drin. Die Bitte wäre es in dir drin, Jan.